Durch Zeit, wie es immer scheiße ist, oder einfach durch Skill. Oder indem man die Britische nimmt. Oder indem man die Britische... Nein! Weil der Witz ja auch, auf der Achsenseite, eigentlich nur auf der deutschen Seite, es sind keine Achsenmächte, es sind nur Deutschlander. Ja, ist ja so Wehrmacht, ist so für Bunker und so auch zuständig, ja. Und Panzerlider hat sowas nicht, solche Einrichtungen. Also die Briten haben solche Einrichtungen und die Amerikaner haben solche Einrichtungen. Und wenn ich das richtig gelesen habe, müssen die nicht mehr für ihre Maschinengewehre in den Bunkern extra zahlen. The fuck. Ja. 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 Straight aber sicher gehen wir hier auf Lobe 70 zu. Oh yeah. Ich hab wieder keine Erfahrungsleiste. Schon über die Hälfte. Back to the Roots. Oh oh du Schlafzüge. Welches meinst du ist? Ich hoffe Radio oder Auge des Sturms. Damit Hännis ist ja Radio oder Auge des Sturms. Bad done bad. Und ich bin DBS, kann etwas schöneres die Wahrheit sein. Phonic, das ist die Wahrheit. Oder der Wahrheit, ich weiß nicht. Ja kurz ein bisschen Werbung gemacht. Also. Ja. Ich glaube ich schaff's nicht. Ich hab's letzte Runde auch nicht geschafft. Das wird scheinbar trickier. Welches Moment muss man denn nochmal springen? Direkt da wo man frisch drauf kommt oder nicht? Was ist das vorher? Und der lag macht den Rest? Ja, mehrere Leute haben hier dieses Problem. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Blizzard die letzten 10 Sekunden als Countess so groß anzeigen wird. Ja, das wird wahrscheinlich der Grund sein. Bist du da gegangen? Ah, screw this. Wollen wir sich hier noch mehr zum Affen machen? Lassen wir uns lieber. Noch. Äh, Allianz. Die Allianz. Die Allianz. Die Allianz. Die Allianz. Dödöpdöp. Ach ja. Optimale Startbedingungen. Nice Waffe hast du da? Auf was level ich so? Nice Waffe? Ich sagte, nice Waffe hast du? Ja, ja, nice Waffe. Na, Mage Down. Hier ist noch eine. Ich komme. Hast du den echten? Ja. Der ist ein Ernst. Sehr gut. Bitte? Warum stirbt dieser Mann nicht? Todesritter, der im offenen Kampf gegen den Schurken und den Krieger ankommt. Und nur über Hälfte AP hat. Finde ich abartig. Das sind so Noobs, die spielen auch bei den USA und Company of Heroes. Woher? Erstmal muss ich mich darauf konzentrieren, wieder ins Leben zu kommen. Danach gehen wir links lang. Mitte oder ganz links? Ganz links. Na, Coucher fragt mich immer, wo wir lang gehen. Genau. Ich glaube, Coucher ist noch nicht so ganz bewusst, dass sie in Strategie spielen. Zack. Wie man hier sieht zum Beispiel. Wie man hier sieht. Bei den Schurken ist es schon so schön. Das sieht man hier so schön. Das ist eine Überraschung. Der ist ja so schön. Ich habe diese Anregulierung nichtgefühl. 10 und 10 10 10 11 11 12 17 18 19 21 23 Halt einfach weiter die Stellung. Und hier mich? Ah ja, Krieger, richtig. Die machen dann so 4K-Krits. Entschuldigung. Warum mache ich eigentlich nicht sowas? Nein, Scooby möchte nicht flamen, das stimmt. Ich krieg da nicht lebend. Eiskoll. Denn seid Scooby Company of Heroes kennt, weiß er, WoW-Embalance ist gar nichts. Das stimmt. Über Bittespaar, nice. Wer ist denn diese, diese Gruppe dezimieren, oder? Dann werfen wir uns ihnen entgegen. Oh! Miss-Click. Ist der an dir dran? Ja. schon war es da auch eingegangen ja ja ein Todesritterkrieger nice situation entschärft hexenmeister wuuu wir flaschen und wir flaschen oh yeah ah da ist er so der flieht das ist gut Punkt Punkt für uns hm 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 was möchtest du uns sagen schön ich mag es immer nicht so am Turm rum zu stehen aber wir müssen hier flagging power leisten ja ja hm 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 Sons deswegen ist nicht der Blutelfenturm hier nützlich wir sind hier in zwei von Kriegern das hat Deutschland schon mehr gut überstanden mehr die Buch krank scheiße blutelfenturm hier wir go again sind überhaupt noch welche von uns drin? zwei wie lange sind die danach? ruckzuck ich meine ausweichen vier haha gebabbelt keine Ahnung wieviel hab ich gewinn ich konnte sie aufhalten aber die Allianz die Horde überholt weil wir so Pro Halleluja wir so Pro ja oh ja wird geheilt oh ja wird geheilt nice ich will nicht sterben ich muss weiter kämpfen das 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 ich das 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 das